Oh? Mmh, nom, 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 nom. Tag dabei, bevor wir rechnen essen. Heute gibt es Chicken Soufflaki Kebabs. Hä? Ja, Chicken Soufflaki Kebabs. Nichts anderes als griechisch interpretierte Hähnchen-Spieße. Dazu ein schneller selbstgemachter Tzatziki. Ganz einfach, aber wunderbar, richtig lecker. Und wie das geht, das zeige ich euch. Wie immer, da hinten, da unten bei mir, in der Küche. Für unser Chicken Soufflaki, für die Hähnchenspieße, brauchen wir Hähnchenfilet. Das sind schon quasi spießgerechte Stücke vom Hähnchen. Wir brauchen Olivenöl, wir brauchen griechischen Joghurt, wir brauchen ein Stück Gurke. Wie groß ist nicht wirklich entscheidend. Wir brauchen Zitrone, das ist frische Zitrone, halt nur in der unnatürlichen Plastikverpackung. Wir brauchen Gewürze. Für unser Fleisch brauchen wir einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel Oregano und einen Teelöffel Knoblauchgranulat. Ihr könnt natürlich auch frischen Knoblauch nehmen. Und später für unser Tzatziki brauchen wir nochmal einen halben Teelöffel Salz, einen Viertel Teelöffel Knoblauchpulver, nein, einen Viertel Teelöffel Pfeffer und einen halben Teelöffel Knoblauchpulver. Ja, und wer hat so eine schöne Küchenreibe? Auf geht's! Zunächst einmal kümmern wir uns ums Fleisch bzw. um die Marinade und dafür einmal großzügig Olivenöl in so eine Schüssel, in eine Kummel geben. Ebenso ein bisschen Zitrone. Das ist alles so ein bisschen frei aus der Hüfte heraus. Unsere Gewürzmischung, das Ganze verrühren wir einmal schön. Und jetzt baden wir unser Fleisch darin und das einmal schön durchmengen. Die Hände sind natürlich wie immer vorher gewaschen. Und dann geht das Ganze für eine gute Stunde im Kühlschrank. Je länger es einmariniert, desto kräftiger schmeckt es nachher. Also, zack, eine Stunde in den Kühlschrank. Die Zeit, die nutzen wir aber sinnvoll, indem wir uns einmal so eine Gurke hier mit so einer Küchenreibe runterreiben. Aufpassen, wenn es zum Ende hinkommt, dass man auch nicht die Finger erwischt. Wir wollen ja nur Gurke und Kalbfleischanteil haben. So, der Rest kann weg. Die nächste kleine Kummel kommt ins Spiel. Und jetzt, je nachdem, ob wie viel Tzatziki ihr Bock habt, einfach den griechischen Joghurt nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ach komm, sechs schöne Esslöffel. Ein ganz kleiner Schuss Olivenöl macht das cremiger. Unser Salz, Pfeffer, Knoblauchpulvergemisch. Und, ja, unsere Gurke. Und das Ganze wird jetzt verrührt. Und einen frischeren und besseren Tzatziki werdet ihr wahrscheinlich nirgendwo finden. Und weil das Fleisch ja eh im Kühlschrank ruht, kommt jetzt der Tzatziki auch dazu. Auch der darf ruhig ein Stündchen ziehen. Desto besser wird er. Nach der Stunde haben wir hier erst einmal die Spieße, die ich vorhin gar nicht gezeigt habe. Und hier das Fleisch aus dem Kühlschrank. Zack, und jetzt schnappen wir uns mal so ein schönes Stückchen und werden es aufspießen. Und zwar ruhig bei so einem Filet, so wellenmäßig. Das sieht asschicker aus. Und zweitens reißt uns es dann nicht so komplett kaputt. Und außerdem kriegen wir so noch einen zweiten drauf. Also, zack. Einmal durch. Welle. Einmal durch. Welle. Fertig. Und schon haben wir so einen richtig schönen Chicken Soufflaki-Spieß. Ich mach die restlichen fertig. Joa, da sind sie. Drei Spieße habe ich aus dem knapp 400 Gramm Hühnchenfilet bekommen. Und jetzt geht's ab an die Pfanne. Meine Kühlpfanne. Und der Herd ist dann auf Stufe 4 von 6. Und jetzt die Hühnchenspieße hinein. Nach zwei Minuten einmal wenden hier. Ei, 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 wunderbar. Nach vier Minuten sorgen wir mal einfach für die Obstieg für ein schönes Kreuzmuster, indem wir, zack, die Dinger einmal in die Richtung drehen. Und nach sechs Minuten wechseln wir nochmal die Seiten. Gerade bei Hühnchen sollte man ja aufpassen, dass man das nicht roh verzehrt. Deswegen lieber ein bisschen länger. Natürlich nicht zu lange als zu kurz. So, die letzte Runde waren jetzt vier Minuten. Das Fleisch war jetzt insgesamt zehn Minuten in der Pfanne. Runter damit servieren. Unsere Hähnchenspieße. Die Chicken Soufflakis. Yum, yum. Dazu jetzt ein kleines Schälchen. Eine Mini-Kumme. Ein bisschen Tzatziki dazu. So. Und ich finde, das kann sich doch schon sehen lassen. Drei schöne Hähnchenspieße. Chicken Soufflakis. Chicken Soufflakis. Selbstgemachter Tzatziki. Tzatziki. Also, ganz ehrlich. Tzatziki. Und jetzt ohne mich selbst aufzuspießen, abbeiße. Boah, das ist so weich und so saftig. Und zu Beweis auch durch. Also, den Tzatziki hätte es gar nicht gebraucht. So geil schmeckt das Fleisch. Aber der Tzatziki macht das Ganze ja irgendwie noch geiler. Noja. Noja. Mit vollem Mund spricht man ja nicht. Mir bleibt noch etwas zu sagen. Nachmachen. Tschüss. Ciao. Euer Marco vom Ehrlichen Essen. Chicken Soufflaki. Soufflaki. Chicken Soufflaki Kebabs. Mega geil. Lalala. 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 Das ist übrigens die Abwandlung von Tatatata. Wie blöd. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute wird es ein bisschen spießig. Denn wir machen Chicken Soufflaki Kebabs. Also auf Deutsch gesagt nichts anderes als Hähnchenspieße. Griechisch interpretiert. Und wie einfach das geht. Und wie schnell das ist. Und vor allen Dingen der leckere Tzatziki, der noch dazukommt. Wie alles... Wie das... Ach man. Heute ist aber auch echt der Wurm drin, du. Meine Stimme wird besser langsam. Langsam wird es besser. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute wird es spießig. Also nicht im Sinne von altbacken und komisch. Sondern im Sinne von Spieß. Holzspieß halt. Was für ein klasse Gag. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal. Vielleicht interessiert dich ja noch eins davon. Oder äh davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.